Hi, ich grüße dich, herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute soll es mal um Hautretusche in Lightroom gehen. Viel Spaß damit. Ich habe mir jetzt hier mal ein Porträt rausgesucht, genauer gesagt ein Bewerbungsfoto, was ich letztes Mal geschossen habe. Und das soll heute mal dazu dienen, damit ich dir zeigen kann, wie man auch in Lightroom schon ein wenig Hautretusche betreiben kann. Dann, natürlich sollte man, wenn es möglich ist, dafür eigentlich immer in Photoshop gehen und da ein paar Techniken anwenden, die dann doch ein bisschen besser dafür geeignet sind, wie zum Beispiel die Frequenztrennung. Wenn du dazu ein Video mal sehen möchtest, dann poste das gerne mal unten in die Kommentare. Ich möchte aber heute mich mal natürlich auch auf die User hier konzentrieren, die wirklich nur mit Lightroom arbeiten. Und auch hier hat man Möglichkeiten, an der Haut ein bisschen was zu machen. Ich habe das ganze Bild jetzt hier schon so ein bisschen bearbeitet, das heißt, das gesamte Bild hat schon ein paar Anpassungen hinter sich gebracht. Aber ich möchte jetzt hier auch wirklich nur auf die Hautretusche so ein bisschen eingehen. Und dafür werde ich jetzt hier den Korrekturpinsel benutzen, den ich hier oben finde. Wenn ich den Korrekturpinsel öffne, dann öffnet sich hier eine Palette, wo wir alle möglichen Einstellungen treffen können, wie Belichtung, Kontrast, Lichter und so weiter. Und natürlich kann man jetzt hier auch reingehen und den Effekt, beziehungsweise hier ein paar Presets laden. Und das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Und jetzt kann man hier zum Beispiel Temperatur, Tönung, Belichtung und so weiter. Aber wenn man jetzt hier weiter runter geht, kann man auch Hautweichzeichnen auswählen. Und das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Und dann siehst du auch, was passiert. Die Klarheit wird auf minus 100 gesetzt und die Schärfe auf plus 25. Die Schärfe wird auf plus 25 gesetzt, um dann auch noch ein paar Details insgesamt im Bild zu erhalten. Und das Ganze werde ich jetzt einfach mal anwenden. Ich habe jetzt hier noch automatisch Maskieren ausgestellt, das ist ganz wichtig. Weiche Kante auf 100, Fluss und Dichte auf 100. Und jetzt fange ich einfach mal an, hier so ein bisschen über die Haut drüber zu malen. Und du siehst jetzt auch gleich, was passiert. Ja, das Ganze wirkt jetzt schon sehr, sehr stark. Und das Ganze zeichnet die Haut sehr krass weich. Das ist aber jetzt gar nicht so das Problem. Denn wir können diesen Effekt später dann wieder ein bisschen herunterregeln. Aber es ist natürlich jetzt erstmal für den Anfang ein sehr, sehr starker Effekt. Und viele werden sich jetzt vielleicht wundern, warum das denn jetzt hier so stark angewendet wird. Ein kleiner Tipp vielleicht noch. Ich würde es auf jeden Fall vermeiden, über die Augenbrauen zu malen und auch über solche Schattenkanten wie hier an der Nase. Um einfach hier genau diese Details wirklich noch zu erhalten. Also wirklich nur über die Bereiche der Haut malen, die auch wirklich nur Haut sind. Ich kann jetzt hier nochmal so ein Vorher-Nachher machen. So sieht das Ganze vorher aus. So sieht das Ganze mit dem Effekt aus. Also du siehst, dass dieser Effekt natürlich jetzt viel zu stark hier eingemalt wurde. Aber, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt. Es gibt hier oben so ein ganz kleines Dreieck. Ich weiß nicht, wie viele von euch dieses Dreieck schon mal wirklich wahrgenommen haben, beziehungsweise dann auch benutzt haben. Aber wenn man hier mal draufklickt, dann kommt man hier in einen weiteren Dialog und der heißt Betrag. Und diesen Betrag kann ich jetzt von 100 bis 0 hier hin und her regeln. Und das bedeutet, ich kann hier einstellen, zu wie viel Prozent, also wie stark dieser Effekt, den ich hier gerade eingemalt habe, tatsächlich auf das Bild angewendet wird. Und ich würde jetzt hier einfach mal diesen ganzen Effekt, den ich gerade hier eingemalt habe, auf 50 Prozent reduzieren und dann sieht das Ganze doch schon wesentlich besser aus. Ich mache jetzt hier nochmal ein Vorher-Nachher. Man sieht immer noch eine deutliche Veränderung. Vielleicht gehe ich hier sogar auf 40 runter. Ich denke mal, für das Bild reicht auch das völlig aus. Aber du siehst, du kannst, je nachdem, wie dein Bild und wie dein Model beschaffen ist von der Haut auch, kannst du das Ganze anwenden, wie du es gerade brauchst. Das war ein kurzer Tipp zum Thema Hautbearbeitung. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. Und vielleicht kannst du diesen Trick ja auch noch nicht. Und dementsprechend kannst du ihn jetzt mal anwenden. Ich würde dir aber wirklich raten, das Ganze nur in Maßen zu machen. Und wenn du Photoshop hast, solltest du natürlich nach wie vor weiter in Photoshop damit arbeiten. Aber für alle Lightroom-User, die können diesen Effekt ganz cool mal anwenden, wenn er nötig ist. Also, ganz viel Spaß beim Erarbeiten und Fotografieren. Gib einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Und kommentiere unten in den Kommentaren, falls du weitere Video-Vorschläge hast. Wenn ich zum Thema Frequenztrennung mal was machen soll, dann gib mir Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.